Dieb geht erst ab Landwucht, nicht wahr? Ab Landwucht geht der Dieb. Dann jagen wir da einen Dieb durch, um die ganzen Gebiete zu erkunden und solche Geschichten. Und wir können uns nicht mit Palisaden einmauern. Ich bin... empört. Das heißt, ihr habt nämlich gar nichts zum Angebot für uns. Verstanden. Und wieso? Mann, ihr seid am Wasser. Wie schon kann es sein, die Kühe zu versorgen? Wisst ihr was? Weil die so inkompetent sind, setzen wir noch eine zweite Kuhweide dahin. Weil ihr inkompetent seid. Nicht ihr Kühe, sondern ihr hier. Ah, das ist sehr schön. Was machen wir nur mit einem gefüllten Lagerhaus? Außer einfach unsere ganzen Gebäude auszubauen, bis wir dann feststellen, dass wir gleich das Siederlimit erreichen. Nicht wahr? Ja, noch sieben Arbeiter. Wunderbar. Alles klar. Alles klar. Gut, können wir noch weitere Gebiete einnehmen, die uns das nützen vielleicht? Sieht nicht danach aus. Wir können noch ein weiteres Kuhgebiet einnehmen. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwelt. Wir hatten hier oben noch noch Kühe. Aber das Problem ist, wenn wir die hier annehmen würden... Das Lagerhaus ist voll. Wie ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwelt. Tragisch. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Mein Schiff ist dem Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Anbot meiner Waren. Verstanden. Gut, wir nehmen die trotzdem. Wo ist der Zieger? Schon unterwegs. So, dann gehen wir jetzt. Ziegerlili verprügeln. Verstanden. Tigger, wo bist du denn da bist? Nicht aufgeben! Wir sind so gut wie tot, so gut wie tot, so gut wie tot, so gut wie tot, so gut wie tot. Ei! Wie ihr wünscht. Und jetzt, nee, jetzt gehen wir erstmal schnell mit unserem... Ich hoffe, dass ihr dieses wilde Untier bezwungen habt. Oh, das wilde Untier-Tiger. Ihr habt euch als ein Verbündeter in der Not erwiesen. Kommt in unser Dorf und errichtet einen Handelskosten bei uns, damit wir Tauschhandel betreiben können. Wir werden euch auf diesem Wege mit Stein versorgen. Das Lagerhaus ist voll. Gut, wir werden gleich versuchen, die Lieferung loszuschicken und zu eskortieren. Mal schauen, ob es das gelingen wird. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwelt. Verstanden. Wir können beim Hafen jetzt gerade keine weiteren Leute kaufen, nicht wahr? Nope. Unsere Hauptarmäe wird vermutlich aus Söldnern bestehen, weil wir kein Eisen haben. Auf euren Befehl! Es gibt ja auf der ganzen für uns erreichbaren Karte keinen Eisen. Lalalala. Erstmal richtig speichern. So. Ich habe das Gefühl, das wird keine lange Aufnahme. Die Mission scheint zu richtig... Ich glaube, die Mission wird kurzsichtig. 12 Holz und 100 Kohlen und dann kriegen wir hier einen Handelsposten. Wurde ausgesandt. Schon unterwegs. So, schnell hier. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ja, ist sehr gut. So, als erstes müssen wir jetzt das Lagerhaus ausbauen. Danach... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wir haben Steine bekommen. Woher haben wir Steine bekommen? Ich glaube, Saraya ist immer noch am besten momentan, weil die von den ganzen Leuten hier Schutzgeld erpressen kann. Woher haben wir die zwei Steine bekommen? War es ein freundliches Geschenk oder was? Okay. Schenken wir mal 200 Euro. So. Um sicherzustellen, dass die auch ankommen, werden wir die eskortieren. Sofort. Mit allem, was wir haben. Auf euren Befehl. So, sollten die uns angreifen, werden wir die zurück angreifen. Ist der Hafen eigentlich Handelspartner? Ja, können wir dem Hafen jetzt gerade schon was verkaufen? Wir können nicht mehr handeln mit dem Hafen. So, hoffen wir mal, dass diese Eskorte dazu führt, dass die Banditen einfach nicht dahin rennen. Aber ich glaube, die rennen da trotzdem hin. Und wenn, dann befreien wir den Karren schnell wieder. Ja, die Banditen rennen da trotzdem hin. Sofort. Sofort. Verstanden. Es gibt kein Zurück. Gut, dann öffnen wir mal. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Durchkommen. Euer Kontor in Jambai ist eröffnet. Macht uns nun in eurem Handelsposten ein Tauschangebot. Für die Waren, die ihr von uns monatlich erhaltet, erwarten wir von euch Lieferungen. Solltet ihr die festgelegten Warenmengen nicht liefern können, setzt der Austausch für einen Monat aus. Wie ihr wünscht. Wir können nun in Jambai Steine für unsere Mauer beziehen. Das ist schön. So, und wir haben das, wir haben das Gold geliefert. Es ist angekommen. Es ist angekommen, mein Freund. Willst du mich verarschen? Mein Freund, das Gold, das... Wo sind sie... Wir haben übrigens einen Trupp verloren, kann das sein? Wo ist das... Stümperei! Das Gold ist weg! So, haben wir genug Fisch. Wir haben genug Fisch. Milch und Wolle. Sofort! Jawohl! 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 Gut, was machen wir jetzt? Wir könnten versuchen, die Zelte einfach niederzubrennen und die Banditen damit... Wir machen das, wisst ihr was? Jawohl! Wie ihr wünscht! Schon unterwegs! Wir brennen einfach deren Hauptzelt nieder und die können dann einfach die Karren, die wir dir abfangen, nicht irgendwo abliefern. Jawohl! Markus kann den Fackeln geben. Oder heißt, wir machen das? Sofort! Alles klar! Verstanden! Arschloch-Move! Gewiss! Auf alles geschissen! Es geht kein Zurück! Erledigt dieses... Dieses Banditenlager! Hier kommt meine nächste Überraschung! Habt ihr wirklich gedacht, die Truppen aus Tela seien zu eurem Schutze hier? Weit gefehlt! What a twist! Ich muss mich in die Burg zurückziehen! Jetzt könnt ihr nichts mehr ab... Jetzt könnt ihr aber nichts mehr klauen! Höhö! Ihr Opfer! Hier kommt, könnt ihr ihn noch... Das heißt, die Truppen aus Tela wollen uns jetzt verarschen! Ja! Wir wurden verarscht! Und unsere Truppen sind tot. Aber das ist kein Problem! Die sind böse! Das ist blöd! Zumindest vor uns! Und unser Lagerhaus! Das Lagerhaus ist voll! Wir müssen es leer kriegen! Aber wie? Wie? Aber wir schmeißen Holz weg! Unglaublich! Diese Dekadenz! Und jetzt gehen... Weil unsere volle Lagerhaus ist, das ist voll, ist so viele Steinlieferungen, wie es aussieht! Schnell hin da! Warte, was? Warte, warte! Zum Glück regnet es gerade! Der Qualität und dem Angebot meiner Wahl! Ja, brennt ruhig ein bisschen was nieder! Wir müssen gerade ein paar Rapparten... Was geht hier vor? Was hat keiner getan, dass selbst Hiduns Truppen ihrem Befehl folgen? Wir müssen herausfinden, was in Bihurat vorgeht! Schicken wir einen Dieb zu diesen Verrätern, um nach einer Antwort zu suchen! Machen wir! Ich werde angegriffen! Von wem? So! Die Regenzeit hat eingesetzt... Auf euren Befehl! Ich... was? Was? Schon unterwegs! Die Fischer, auf euren Befehl! Hat... Okay, wir bestellen noch einmal ganz schnell noch weiteres Eisen! Oder behaupte erst mal... Wir verkaufen uns einen Scheiß an Eisen! Auf euren Befehl! Alles klar! Und den müssen wir erst mal Gold senden! Jawohl! Alles klar! Schon wieder! Schon unterwegs! So, die Banditen da... Verstanden! Werden wir jetzt mal ins Gras beißen! Denn wir beseitigen jetzt deren Zelt! Das Lagerhaus ist voll! Jawohl! Es gibt kein Zurück! Und jetzt alle zurückziehen! Jawohl! Alles klar! Jetzt sind die da keine Gefahr mehr! Auf euren Befehl! Aber ich hätte die trotzdem lieber ganz beseitigt, bevor irgendwas passiert! Alles klar! Okay, das heißt, Taylor's Truppen hassen uns! Die ganze Welt hasst uns! Und wir haben ein zuverlöses Inventar! Äh... Lagerhaus, meine ich! Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld! Jetzt! Liefert die Steine! Mensch! Liefert doch einfach... Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs! Auf euren Befehl! Ich weiß noch nicht, mein Landwogt. Das ist unglaublich. Das erste, was wir ausbauen müssen, ist das Lagerhaus. Es gibt hier noch Schafe. Das ist jetzt voll interessant. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Steine! Erstmal speichern. So, jetzt ist schon ein bisschen was besser. Ist wahr? Jetzt ist ein bisschen was besser. Bei der nächsten Lieferung nehmen wir ein Landwogt. Komm, liefert mehr Tauschgüter! Tauschgüter! Tauscht, was die Scheiße aushält! Jawohl! Und wir holen uns hier erstmal nochmal. Was Territorium! Die Regenzeit ist vorüber! Damit wir nicht zu sehr abhängig von dem Wild sind, das wir nicht bekommen können. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld! Oder wir warten noch, bis der Händler da ankommt. Wer ist zu uns unterwegs? Wer ist zu uns unterwegs? Hm, 500. Für eine kleine Schafherde. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Na, wir nutzen lieber unsere Armee und gehen da hinten Tiger erledigen. Wie ihr wünscht! Damit wir uns die Kühe holen können. Jawohl! Jawohl! Sofort! Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs! So, wir sind weg! Auf euren Befehl! Verstanden! Moves! Ihr seid unsere Moves! Verstanden! So, wir ziehen! Jawohl! Oh, wir kriegen gerade den ganzen komischen Shit! Das ist nett! Ich bin grad hektisch! Oh, oh! Wait! Eine plündernde Gruppe! Die gesamte Armee da rausbleiben! Belagerungsturm! Genau! Kommt mit dem Belagerungsturm und macht uns platt, wenn ihr wollt! Do your worst, bitches! Mit dem Belagerungsturm! Genau! Benutz den Rambock! Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs! Nicht unsere Steuern treiber kaputt schlagen! Ey! Sofort! Wir warten noch, ob wir unsere Händler wieder ankommen! Ich habe euch treu gedient, Majestät! Wäre ein neuer Titel nicht angemessen? Gewiss, 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 aber erstmal warten, bis die ganzen Gegner raus sind, damit wir... Schon unterwegs! ... alles erledigen können! So, der holt uns die Moose! Die hier verziehen sich einfach wieder! Schön! Hier können wir leider keine Palissade entsetzen! Tragisch, ich weiß! Als nächstes! Ein Besenmacher! Und ein Seifenmacher! Endlich! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen! Wie ihr wünscht! So, gehen wir leider da hin! Sofort! Und warten schön brav darauf, dass... Oh, wir haben die nötigen Steine eigentlich für die Mauer! Wir bauen hier eine... ...insere Mauer... ...so... Gut, dann müssen wir das nochmal über... ...überdenken! Dann werden wir so... ...und dann... ...so setzen geht's auch nicht! Na, ich schau erst mal... ...erst mal... ...erst mal schauen! Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild! So, hier wäre ein guter... Oh! 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 Alles klar! Plündernde Armee! Jawohl! Auf dem Weg in unsere Stadt! Alles klar! Alle Truppen raus hier! Schnell! Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs! Ähm... Was machen die hier? Wir wollten gerade unsere Mauer bauen! Und die davon bezahlen lassen! Ich finde, das ist ein faires Angebot! Gut! Wir werden die denn inzwischen machen, was sie auch immer sie machen wollen! Werden wir zunächst einmal Bienenstöcke irgendwo hinsetzen! Okay, die gehen hier einfach mal kurz durch! Das ist gar kein Problem! Nur auf der Durchreise, wie's aussah! Halt! Das müssen wir nochmal anders setzen! Bienenstock 1 hierhin! Bienenstock 2 hierhin! Und dann... Ne, Imker... Bienenstock kommen jetzt ja hierhin! Neun Stück, wie's für uns üblich ist! Direkt über das Stachelschwein, das Arme! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen! Komm, das passt doch irgendwo hierhin! Ist doch bestimmt irgendwo fruchtbarer Boden! Okay, nicht... Dann... Dann halt hier so hin! Da vorne sind die Kühe! Wo bleibt eigentlich dieser elendige Händler schon wieder? Auf euren Befehl! Ah, er kann... Markus kann erstmal wieder aufsteigen, das ist nett! Wie ihr wünscht! Eure Großmut beschämt mich, Majestät! Zu Recht aber auch! Zu Recht! Was machen die denn da? Ihr kommt nicht auf die Idee, den belanglosen Außenposten einzunehmen, oder? Wenn doch, dann viel Spaß damit! Okay, viel Spaß damit! Ein Außenposten wird angegriffen! Wir haben die Kühe schon! Wir haben die Kühe schon! Ein Territorium ging verloren! Winter ist jetzt! Ich steuere den Hafen an! Bald werdet ihr meine Waren begutachten können! Er ist schon da! Mein Schiff ist dem Hafen vor Anker gegangen! Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren! Erstmal dahin! Oh, und unsere Bogenschützen sollten wir vielleicht dahin bringen! Jawohl! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Nein, noch nicht in unser Gebiet zurückkehren! Die sind noch nicht fertig da hinten! Die kommen jetzt wieder und machen da einen komischen Aufriss! Und gehen dann wieder! Wir brauchen noch mehr Söldner! Aber das können wir erst machen! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen! Töten meine Steuereintreiber! Diese bösen, bösen Steuereintreiber! Und das bauen wir erstmal, wenn die sich um unsere Steuereintreiber kümmern! Dann in aller Ruhe eine Saufbude! Und noch eine Saufbude hier so hin! Alles kein Problem! Wir ziehen unsere Bogenschützen auch mal hier hin, denn unsere Armee auf den Teilen ist eine blöde Idee! Also bleiben wir einfach mit unserer gesamten Armee hier auf dem Hafengebiet und schrützen uns da Stück für Stück weiter auf! Solange wir keine Mauer haben, werden die auch nicht mit schwerem Gerät kommen, glaube ich! Oh! Die Kühe sind doch bei uns gewesen, oder? Bitte lass die Kühe bei uns gewesen sein inzwischen! Denn wir hatten vergessen... Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs! Wir hatten vergessen, eine zweite Weide zu bauen! Ich setze die Segel! Bis zum nächsten Mal! Ja, ist ja gut! Fähig! Z족inal Brauch Scheibern Absatz Eimer Zieh, Zieh, motherabschale